Buddy war mal komischer. Meine Tochter ist auch nicht gerade ein Schin. Aber davon will ich gar nicht erst anfangen. Das ist nur ein Witz, Kleins. Buddy hatte mal Freunde. Du bist gefeuert, du bist gefeuert, du bist gefeuert. Ich arbeite hier nicht. Du bist eingestellt, jetzt kann ich dich feuern. Stellt euch heraus. Und eine Familie. Doch für Geld und Ruhm war Buddy alles recht. Okay, alles klar. Und jetzt ist Buddy alt. Halleluja, Stan. Was ist das? Ein treffender Bürger, Kriegsveteranen? Das sind nur ältere Jahrgänge. Ältere Jahrgänge? Diese Mumien da haben die Pyramiden gebaut. Nominiert für einen Oscar und zwei Golden Globes. Billy Crystal ist Mr. Saturday Night. Du bist eine Legende. Du bist ein Gigant. Du bist der Komiker, der Komiker. Am 3. November um 20.15 Uhr bei Kinobelt.TV. Kino im Fernsehen.